Hallo Freunde in der Sonne! Hier ein kleines Infovideo und zwar wird es auf meinem Kanal ein bisschen ruhiger werden die nächsten Wochen aus zweierlei Gründen. Der erste Grund ist, ich habe einfach keine Zeit zum aufnehmen und der zweite Grund, ich weiß derzeit nicht wirklich was. Wenn ihr also ein paar Ideen habt, was ich aufnehmen könnte, vielleicht auch ein paar Underdogs in der Spielelandschaft, dann schreibt mir einfach in die Kommentare oder eine Nachricht oder so, mir egal. Und ansonsten würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid, wenn es wieder richtig losgeht. Ihr habt bis dahin ja genug Videos zum angucken. Sind ja jetzt nicht so wenig auf meinem Kanal. Da würde ich sagen, das sehen wir uns dann irgendwann wieder, okay? Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.